Lass die Flüchtlinge rein. Wir brauchen sie als Arbeitskräfte. Es sollte für jeden reichen. Ja, wir schaffen das. Immer wieder erfährt man von Flüchtlingen. Ukraine-Krieg, Sudan-Konflikt, Erderwärmung, Wohlstandsniveau. Diese Menschen bürgen nicht nur Risiken. Mit der richtigen Politik profitieren wir von ihnen. Vor allem in Wirtschaft und Kultur. Wir müssen lediglich für eine stabile Wirtschaft sorgen. Dann sollte auch jeder daran teilhaben können. Das Einzige, worum wir uns kümmern müssen, ist eine vernünftige Politik. Deshalb lasst die Flüchtlinge rein. Es sollte für jeden reichen.